SIX sucht die Küchenkönigin. So viel Spaß hat Kochen noch nie gemacht. Die neue Cooktailment-Show. In 30 Minuten mit 30 Euro alles für ein Drei-Gänge-Menü einkaufen und es dann in 30 Minuten zubereiten. Das wird's echt. Wer kocht das beste Drei-Gänge-Menü und wird Küchenkönigin? Das große Special mit allen Infos und ersten Videos zur Kochshow auf SIX.de. Küchenkönigin. Ab 18. November, 17 Uhr, nur auf SIX. Bis zum nächsten Mal.